Wieder so, meine Güte. Und damit sind wir schon wieder zurück. Obwohl ich gar nichts weiter aufnehmen wollte, mache ich es jetzt trotzdem, weil ich Bock habe. So, wir sind in dieser Stadt mit den Gassen und wir dürfen nicht durch die Straße. Hier gibt es Taxis, hier gibt es Gassen, hier gibt es böse Menschen und ein Pocket Center. Wir gehen natürlich erstmal ins Pocket Center, vielleicht sind da noch mehr böse Menschen. Nun, wir haben keine Information, das ist ja schön. Wir nehmen uns erstmal 20.000 Portions mit, weil wir Portion-begeisterte Leute sind. So, das müsste eigentlich passen. Da, ich verwende meine Super Portions nie, aber wir nehmen doch zum Beispiel mit. Antidot hatten wir ja über 50.000, genau. Davon nehmen wir noch ein paar mit, weil wir sehen ja, dass das schnell gehen kann. Und Aufwecker ist auch eigentlich ganz wichtig, also einfach mal ein paar mitnehmen. Den Rest brauchen wir nicht. Oder warte, doch, 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 doch. Hier kommt ein paar Wurkenwelle mehr. So, jetzt sind wir arm. Das hat sich gelohnt. Aber wir können was, nein, wir können was verkaufen. Das muss ich mir echt nach Namensgrenzen. Videos ausdenken. Wo haben wir denn das Nuggets? Das war auch nicht. Bitteschön. Ich möchte mehr Pockerbälle. Gib mir Pockerbälle. So, sehr schön. Das dürfte erstmal reichen. Wir sind pleite. Wir sind immer richtig blank. Komm, so, du hältst dich jetzt auch direkt mal, weil du mich wieder irgendwie auseinandernehmen wolltest. Ist zwar nicht geschafft hat, aber hey. Und ja, wir sind wieder da und ich bin immer noch da und ich hab einfach Bock aufzunehmen und die Questecke ist leer. Hallo, 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 I'm the leader of the Rustball Backdancers. I told my crewmates that we have to meet in here, but we didn't come. Maybe you can teach him for me. It was no action in dunklen Gassen. Thanks, I think we are dancing for the city in the dunklen Gassen. Der bösen, bösen Kuprinas. Ja, auf jeden Fall, da hinten ist ein... No. When I was in Tundrom Pass, I saw this really cool temple. I want to explore it, but I need some... So, I came to Rustball City to get some. When I went back, I couldn't find the temple anymore. Gib Wanderer. Das ist natürlich sehr drauf. Wenn ich hier drauf stehe, kommt mir noch mal so ein Sack vorbei. What do you say? Damn, I forgot the meaning. Bye. Guten Tag. Gott, jetzt kann man jetzt wirklich hier mal rein. Big House 3. Wow. Das ist der beste Name, den ich in den Schwerenhaus gemäßt habe. Wenn Sie jetzt in den Häusern... Warte mal, wenn die Häusern Namen haben, könnte ich da drin Pokémon kommen? Glaubst du? Okay. Ich meine, es ist ja so gesehen ein anderer Platz. Close. Warum könnte ich denn in Haus 3 rennen zum Vergewaltigerhaus? Hallo? Sag, what do you say? Ach komm, ich glaube, ich war derselbe. Game Corner. Ja, einmal Runde suchen. Super Repel. Juchu, so weit sind wir schon, dass wir schon super sind. Ja, mein Hals, es bringt mich um. Ah, hallo, hier ist echt wenig los gerade, sehe ich. Empty. Splat Machine. Splat Machine. Splat Machine. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich glaube, es war Harrowood. Oder oder was Platin? Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas. Wo es in den Automaten immer so Sachen zu klicken war. Ach, sind das für Affe, das hätte ich ja auch nicht zu klicken. War das Platin? Ich denke, das war Platin. Ich weiß es auch nicht vielmals genau. Speak to the least. Splat Machine. Cent. Hart Cold war ja das wildes Spiel. Das ist wahrscheinlich die alte Spiel. Er ist in Pokémon, der de r grew up. Shout example bolias thrown. Wir will check it out. First snap on none�� Yahoo Terrorirektors 0-02-60 Sorry you didn't get matched. Ja, wie auch. Ich hab nur eine Idee. Smokeball Miracles möchte ich weiter gedonglen. Come right, do I need some guys. I'd like to play someone. I don't have a friend case. Sehr traurig. My name is Mr. Game. I hear a pounce. Exciting. People enjoy my game. I can't. Ich hab so'n komisches Scheißspiel. I have a battle that lacked her. She is the worst for a game leader. vor allem Elektra Fragezeichen und der kleine Anfang. Junge, der entspricht. She's the worst for a city gym leader. I heard she used electric type Pokemon. If it's her. Elektra used electric Pokemon. Nein. A long time ago, here was electric type gym leader who just gave away some birds to anyone who already had the least one. There came a girl here with her own batch of electric type Pokemon. The two made a bag and the little girl won. She became the new electric gym leader. Och die Scheiße. My husband tells everyone Hannah has seen about Elektra's defeating her. And spent her here alone. That story is just as boring as he is. That Frau is really nice to her man. Oh. 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 Kann ich dir fernsehen? Das ist aber der Sprite aus, 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 aus Parties. Ich glaub wir haben der, oder? Oder? Achso Leute, ich hab euch gar nicht gefragt. Was fandet ihr eigentlich von unseren anderen Skins? Warum denn der hat im Prinzip hier gefangen? Es sind überall Taxis. Ich will aber kein... Hallo? Strike! Strike! Okay. No money, no taxis. I'm sorry, but the taxi Kamala is on the strike. There's no taxi around the moment. Okay. I tell you where you are on the strike. You see your buses doesn't pay us an offer. So we won't walk for him until the ways of the overpay. If you wanna find him, he will back at the train toy park. He goes straight to battle train as I'm going to talk to him again. Ich wollt gar nicht Taxi fahren. Ich wollte eigentlich nicht nur umschauen. Was ist in der Central Park? Es sind wirklich Taxis. Und holy shit. Die Straßen sind wahrscheinlich giftig. Ich kann nicht in die Straßen betreten, Junge. Hallo Clown. This city is bright and colorful. I love the flashing lights. It's cool. I learned better. You have to have... You have to have a drip badge to battle the link for for und the champ. And the champ. Ich bin natürlich English. What did you say? Ich glaube genau dasselbe wie meine Kollegen. Hallo. Was passiert jetzt? Kommt ihr in die Powered by Electric? Ich mein' der als die Kugel auch hier sind. Du kennst die Powered by the Lion. They like such... Sunny Shaw City of the Senori. Ich weiß was du meinst. Sie redet über Senori und es ist geschlossen. Warum schließt ihr eure Häuser ab? Ich will euch doch besuchen. Hallo. Hey, nice to meet you. Und wenn's Logs talk. Ja, das ist irgendwie auch. Und ich hätte das für der übelste Lava-Partner. Aber groß ist die Stadt trotzdem nicht. Tau ist natürlich nicht gut. There are so many attractive to her. Und das muss hier dafür gelten. Wollt ich geben. Ich brauche kein Vieh. Über sie herumrennen. Ich hab selbst eins. Aber ich geb's doch nicht. Weil sonst können sie nichts mehr finden. Natürlich muss ich rum. Warum nicht? Ich renne jetzt schon seit 5 Jahren durch diese Stadt. Ich bin jetzt 8 Minuten hier am rumrennen, Junge. Was soll der Mist? Bikes! Bikes! Oh mein Gott, Bikes! Mein Kopf tut mir das Headset drückt. Bikes! Bikes! Sorry, we totally sold out. The bikes on the right side are just done. We swear, no, we... Bikes! 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 Klein Bike für mich! Da ist ein Auto! Ein Auto! Ein Auto! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wollte immer... Oh Gott! Ja, da geht sie wieder raus. Diese Stadt ist wirklich seltsam. Wobei jetzt ist Pocker-Sendung, ich weiß es nicht mehr. Ich will sie nicht groß nennen, die Stadt. Ich will sie einfach unübersichtlich nennen. So, ich halte mich jetzt nochmal. Warum auch immer, aber YOLO. So. Wir sind jetzt bei neun Minuten überhaupt nicht zu reich. Hey, Haupt, du kein Fein! Bist du dumm. Vielleicht sind es noch mehr? Könnten wir sechsen, Leute? Das ist jetzt nicht weißes Ding. Ansonsten ist er ziemlich dumm und man kann nicht eine Seite da rausgehen. Shit, oh 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 verdammt! Ja okay. Setor Park, aber glaube ich hier gehe ich doch. Sondern? I don't know. Hausmeister dreht durch. Don't move, It's clear on the Gateway. Come again later. Okay. Warum so der hat diese Gemeinschaft zu mir? Ich wollte da gar nicht reinpacken, weil du bist, ich hab meine Aufnahmetreise bekommen, das wäre ein bisschen doof. Bei Mediapraft muss ich da ganz schön aufpassen. Und jetzt erzählt mir einer, wo der Scheißdreck Central Park ist. Wo es ist? Sorry, can't I just come later back? Bye. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht. Warum übersichtlich? Hallo. Danke! Sehr schön. Ich dachte schon, der wäre ein bisschen dumm, weil die alle neben ihm saßen und er ist natürlich schon gescheitert oder so. Aber es scheint noch nicht alle gewesen zu sein mit einer weiter freundlichen, bunten Freudefetten. Ja, jetzt dürfen wir auf der Bike laden. Wir rennen gerade vorbei, das ist wunderbar. Könnten wir jetzt in den Rücken kommen, wo wir noch nicht fahren und wie lang müssen, zum Central Park? Das ist ein Henker, aber warum ist das schon gut? Wie gesagt, die Stadt ist eigentlich ein bisschen groß. Die ist eigentlich nur ein bisschen seltsam aufgebaut. Deswegen ist mein... Dieses Kurs hat der Unterschied, das stimmt. Ah, die hat halt keine Struktur und das stört mich ein bisschen. Das ist der einzige Problem, der die Stadt hat. Und so. Holy shit, wo wurde ich hin? Der da unten ist noch nicht durch. Hier oben ist nichts weiter. Okay. Okay, ist das... Warte, ist das einfach, dass ich noch nicht verbrauche? Hahaha, zentral! Fuck! Zentrale Stückchen in dieser Wiese. Ist ziemlich seltsam aus, nicht? I think it's workless. Wer probably reporten Pugler was passiert. Wer eine Powerline ist down, wir haben, to fix it. Wenn ich generaisen, feigst leider, wo ich leise. Wenn eine Streetline ist, wo wir da brauchen oder nicht. Wer so many useful workers. Okay. Wie muss ich wirklich durchcammen? Gut, hab ich vorne. Tschüss. Don't blame, Jessie. They'd come here to relax a ton, but the battle are fun too. Yehey! Aber hey! Wir sind da von uns, wirklich. Wir sind da von uns, weil es... Wir sind da von uns. Wir sind da von uns. Aber das ist... Das ist... Das ist kein was Jessie jetzt irgendwie... Von daher... Das können wir jetzt nicht. Wir sind da von uns. 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 Eкам cops doo baute! Wir haben uns so lange versteck. Ich bleib so schlimm an Jo-Yos. Wie geht's? Bis der erste Stoffel. Ich weiß nicht, erinnere ich mich zu schlimm an. Soll ich. Jerk! Ich weiß nicht, wie es ausspricht. Sebastian would like Ben! Ugly! Oh Gott! Das ist das beste Kokomo-Terminal. Hier kommt die Person. Das ist ein Kokomo-Terminal. Na gut, so ein Quilch. Ich mein, ich hab der Pumpe und so. Das schaut aus. Sieh erstmal, wie sich mein Spalt ändert, wenn ich akle. Ah! Lass mich sehen. Komm, das ist auch so einfach. Das ist ein Kokomo-Terminal. Also, wenn dieses Spiel aber frei. Das ist sein Kokomo-Terminal. Der sieht wirklich aus dem Teil. Aber so süß. Ich mein, dieses Spiel geht halt auch ziemlich schade. Ich mein, das ist in der Hit-Better. Jetzt kommt die Frage. Es hat ja... Es hat ja... Ziemlich gut genug. Es hat aber schon eine Fähne. Ich hab immer... Ich denke, man fällt der Tank-Viddle-März-Hong. Ich denke, man fällt der Tank-Viddle-März-Hong. Ach, ich hab immer... Ich hab immer... Ich hab immer die Stähler-Hand-Viddle-März-Hong. Wo ist das nicht zu? Wobei, war dieses festliche Tank-Viddle? Jetzt geht's, wo, Jenny-Mass. Ich hab immer die 16 Minuten. Ich hab bis jetzt vergessen, ein paar Kack-Viddle-März-Hong. Und durch die Stadt geraten. Wow. Einfach wow. Sweet! Ja, das ist richtig sweet. Ops, ich würde aber... Ich wollte davor stehen bleiben und uns wie in Arena-Kampfers sehen lassen. Einfach abbrechen. Ja, das ist richtig sweet. Hospital City can't function without taxes and we won't work until you raise your pay by shoulder, because we work hard all day, every day and we deserve it. If you raise your pay, pay. Ich pay, pay is cool. We will get back to working. Forget it. Watch out, kid. Das sind die Leute, die in den Gasten wohnen. Soll das die aufpassen? Grrr, I'm sorry you had to see that. He's not listening. Maybe you can have a word with him? I think that he will back in his office in a pop company. Taxi company. Aber egal! Er ist jetzt auch einfach in Arena-Line. Das ist mir auch scheißegal. Und... Ich würde sagen, mit diesen Bildern breiten wir einfach die Folge jetzt, weil ich hab jetzt eh keinen Bock mehr in dieser großen, viele große Stadt rumzugangen. Es tut mir leid, dass wir jetzt einfach so 10 Minuten rumgerannt sind, drei Gegner hatten. Das war's. Ah, aber ja. Was gehört dazu? Would you like my favorite story? Oh, wait. Once upon a time, there was an ugly. The ugly was different from the other booklet. So he was called ugly. When the duck and the wolf into the runner, they were strong, fast and more beautiful than the ugly. When the ugly wolf evolved into the strip, and the runner were so jealous. Then, isn't it beautiful story? Es war doch... Es war so klar, dass diese... Uckling auf Schwaronis und 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 und... Wie hieß das Ding auf Deutsch? Ich weiß nicht, wie das Ding auf Deutsch hieß. Heldl, Uckling... Ne, ne. Das ist nicht so hässliche Uckling, wie auch immer. Dass auf den hässlichen Endline passiert ist. Das war so klar. Aber ich bin wieder bei der Taxi kommen und nie. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber ich hab's trotzdem hierher geschafft. Deswegen werde ich jetzt hier den Part. Vielleicht nehm ich irgendwann mal weiter auf. Ich hab jetzt gerade wirklich keine Probleme. Meine Stimme ist tot und ich ess jetzt weiter meinen Kuchen hin, weil ich hier die Verkappen bei habe. Macht's gut. Ciao, ciao. Und ihr kriegt meinen Kuchen nicht. Natürlich endet die Aufnahme nicht. Danke.